ich begrüße euch wieder auf meinem kanal schön dass ihr wieder eingeschaltet habt jetzt möchte ich mich vorweg einmal für euch verbeugen danke vielmals danke 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 noch einmal die verbeugung dass ihr wieder einen hunderter von abonnenten aufgefüllt hat danke vielmals ich denke mal das bin ich ein bisschen der fritze vom grad melder 24 schuldig und natürlich seinem team dem team grad melder 24 und ein wenig auch meinem video von dem navi da sind auch sehr viele dazu gekommen aber um was das heute geht das erfahrt ihr wie immer nach dem intro bis später vielen dank für ihre aufmerksamkeit und gute unterhaltung und hier bin ich wieder liebe freunde um was geht es heute natürlich um das navi um das fazit nach der tour was ich euch versprochen habe ja wo fangen wir am besten an also auf dieser tour habe ich ja mal geflucht wirklich arg da kann sein dass ich bei den videos von der anfahrt zum treffen dass ich da musik einspielen werde denn das will keiner hören ja lange rede kurzer sinn was ich festgestellt habe man sollte vor der abfahrt dieses navi mit der cloud ganz kurz verbinden um das wie gesagt das tägliche update oder die tägliche synchronisation stattfinden zu lassen um alles wieder die baustelle neu dazufügen und auch was immer dann ist man wenn man das vor der abfahrt macht auf dem laufenden der wlan im quartier hat oder zur verfügung in der gegend dem würde ich empfehlen so wie ich ich habe auf dem handy das ist in der tankrucksack mit dem navi ein hotspot eingerichtet einen wlan hotspot das heißt wenn ihr jetzt unterwegs seid und die wollte jetzt unbedingt noch einmal up-to-date seien baustellen sperren und so weiter könnt ihr unterwegs das vom handy aus machen ich gehe davon aus dass jeder bei seinem vertrag so viel gigabyte frei hat dass das kein problem ist das ist das was ich sagen wollte ja warum habe ich geflucht kommen wir mal zu denen ich habe geflucht weil er mich von einer baustelle in eine andere geführt hat ich bin vor einer straßen totalsperre gestanden von der straße habe gegeben alternativroute hat er mich zur nächsten totalsperre geführt wahrscheinlich ist das ein fehler gewesen dass ich die schnellste route fehler ist das keiner aber ich habe die schnellste route gewählt und da waren anscheinend die meisten straßensperren ja so ist es fakt war ich habe wirklich nach der innerhalb von kürzester zeit war ich glaube ich bei vier oder fünf straßensperren und da habe ich ganz arg überlegt ob ich nicht auf die autobahn fahren soll dann kommen wir dazu dass ich das navi fürchterlich verflucht habe nur jetzt kommt der glue das navi kann gar nichts dafür ich kleine stupidino was angeblich italienisch koffer heißt habe natürlich ganz wichtig voller aufregung die tour schon im april geplant und da ich wusste dass man auf diesen navi auch gpx dateien rausspielen kann habe ich nicht nachgedacht und das ganze über kalimoto gemacht und wie jeder weiß hat kalimoto keine baustellen und keine straßensperren implantiert implantiert also die haben das nicht da bin ich dann natürlich seinem quartier drauf gekommen dass es ein absoluter schwachsinn war nur vorweg wie ich dann die rückfahrt auf dem navi direkt geplant habe war bis auf einen fall und da dürfte die baustelle neu gewesen sein und da wie ich die umleitung abgebogen bin hat er mal sofort die richtige route berechnet und hat mich wieder richtig hingeführt wo es passt also wie ich das direkt am navi geplant habe habe ich überhaupt keine probleme gehabt wie gesagt eine baustelle war die dürfte neu gewesen sein aber wie ich da bei dem umleitungsschild abgebogen bin hat er sofort die route neu berechnet und richtig mich wieder dort nach der baustelle auf die hauptstraße geführt also das war in ordnung war ich sehr begeistert da kann das navi wie gesagt nichts dafür das war reiner schwachsinn von mir aber wie heißt es im leben lernt man niemals aus jup und daher bin ich jetzt auch ein echt schlauer und dann muss ich noch vorweg sagen am 7. august werde ich operiert und ich hoffe dass das mit meinem hals dann besser wird also das gekrächtse aufhört bei mir laut arzt ja ich lasse mich überraschen jedenfalls geht mir das fürchterlich am hammer da glauben die leute ihm ich bin verkühlt ist leider nicht so das ist ein gewächs und das muss raus das bildet immer schleim den ganzen tag naja reden wir von was besseres und zwar vom navi gut wie zufrieden war ich damit ja wie ich festgestellt habe dass der fehler bei mir lag dass das navi da nichts dafür kann traumhaft muss ich ehrlich sagen einmal der einzige grund oder über der einzige ist nicht wahr der hauptgrund das will ich sagen um das navi sich zuzulegen als bmw fahrer Achtung als bmw fahrer ist dass man es mit dem steuerrad mit dem da bedienen kann das heißt ich brauche nicht bei wie bei anderen navis wenn ein wegpunkt heraus zu nehmen ist oder sonstige einstellungen zu machen sind stehen bleiben und das mit den fingern am display machen sondern wie ihr seht geht das locker mit dem drehrad dann hat es auf der links unten kann man mehrere sachen einstellen ich habe genommen die kilometer zum zwischenziel und die ankunftszeit zum zwischenziel das gleiche habe ich auch genommen beim endziel also wo man eigentlich überhaupt hin will da habe ich das gleiche genommen man kann aber auch einstellen wie viel kilometer noch sind es bis zum nächsten zwischenziel oder die verspätung die was sein wird wenn du so weiter fährst und 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 kann man alles ein oder anhaken in dem fall aber ich habe das genommen die kilometer und die zeit also die ankunftszeit die uhrzeit ich blende euch hier mit einem bild davon ein wie ich es verwende dann mit dem update 1.0.3 was gekommen ist ich denke mal april mai oder war schon vorher und ich habe es nur entdeckt später kann man auch jetzt tracks anzeigen lassen auf dem navi dann muss man rechts oben bei der planung oder wenn man eine tour geplant hat kommen drei punkte vorm start da drückt man drauf siehe bild dann floppt was auf oder geht eine Meldung auf und ganz unten steht in karte anzeigen da muss man wieder drauf drücken dann ist es so wie in dieser ansicht mit kleinen pfeilchen nach oben mit kleinen pfeilchen in die fahrtrichtung auf der karte dann hat man den track vor sich natürlich kann man track und route kombinieren das lässt dazu der track hat eine farbe von haus aus eingestellt weiß man kann diese farbe aber auch wie ihr seht eine andere farbe nehmen man kann sie auswählen was man will die route wird ja in blau angezeichnet ich habe es durchprobiert und mir gefällt gelb sehr gut das ist nicht so aufdringlich wie weiß und das ist okay abgesehen davon dass ich kein track fahrer bin ich fahre lieber mit route dann wird geschimpft bei diesen navi über die pois dass zu wenig sind und schlecht und da sind fast keine angeführt das ist nicht gut könnte sein betrifft mich aber nicht in dem fall ich fahre nicht mit pois das interessiert mich nicht wir sind hier mittelroa europa mit so einem guten tanknetz ausgestattet dass alle augenblicke irgendwo eine Tankstelle kommt meine Xena sagt zwischen 80 und 90 km demnächst eine Tankstelle anfahren und da brauche ich keine Angst haben die kommt zwischen 80 und 90 km also das müsste mit Teufel zugehen ok der schläft nicht aber trotzdem dass ich trocken stehen bleibe natürlich sind bei den POIs auch Bankomaten Cafés, Restaurants, Hotels betrifft mich auch nicht denn ich buche die Hotels meistens schon vorher wo ich übernachte und ich bleibe dort stehen um einen Kaffee zu trinken oder was zu essen dort wo es mir gefällt wenn ich sehe da stehen viel Einheimische oder LKWs oder Motorradfahrer dann weiß ich das kann nur gut sein wie gesagt nicht ein oder zwei sondern viele wenn das der Fall ist könnt ihr dort ruhig stehen bleiben dann ist es meistens gut und billig aber das muss jeder selbst entscheiden wenn einer sagt ich will unterwegs ich will das planen wo ich stehen bleibe dann soll er es versuchen mit den wenigen POIs was vorhanden sind meine Sache ist das ehrlich gesagt nicht habe ich vergessen bei den Tracks der wird gespeichert das heißt es entsteht eine Liste die blende ich jetzt auch ein wie das aussieht dann kann man mehrere Tracks hintereinander sind da abgespeichert und die kann man wieder verwenden lange Rede kurzer Sinn dann würde ich das Nabi wieder kaufen ich sage als GS Fahrer mit dieser Halterung und dass es nicht Hitze empfindlich ist und Kälte empfindlich ist auch Staub geschützt einen riesen Vorteil hat durch die Bedienung mit dem Steuerrad hier mit dem Drehrad ja ich würde es wieder kaufen es ist wirklich super das kann ich euch sagen natürlich die Ansicht da haben andere Nabi sind da viel färbiger unterwegs aber ich finde das so ok weil es nicht aufdringlich ist jetzt fahre ich ohne dass ich eine Tour eingegeben habe deswegen sieht man die Landestraße ganz schmal wenn eine Tour drauf liegt dann ist das dick angezeichnet den Abbiege Hinweis der wird rechtzeitig bekannt gegeben und zwar zwei bis drei Mal dann sagt die liebe Dame in wieviel Meter das man abbiegen muss kurz vorher das man abbiegen muss und direkt wenn man abbiegen muss Ansicht habe ich schon erwähnt ein Traum kann man natürlich einstellen stark schwach oder automatisch dann zeigt es an wie die Umgebung ist so hell die Umgebung ist so heller wird auch das Navi damit man das Jahr sieht ich habe einmal glaube ich von 10 auf 8 eingeschaltet weil sowieso Fixstrom ist also das ist schon ok was auch ein Vorteil ist ist der verbaute Akku und was noch unbedingt zu beachten ist bei einer Routenplanung ich plane oder habe viel geplant die Route auch mit Tom 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 da gibt es für den PC das war glaube ich früher mein MyDrive da gibt es für den PC einen Link den gebe ich auch in die Anmerkungen schaut ihn euch an wenn er euch gefällt könnt ihr ihn runterladen da könnt ihr die Route planen früher konnte man es wenn man gegangen ist auf Synchronisieren wurde es auch bei TomTom ähm GoRide diese gratis App am Handy synchronisiert das haben sie rausgenommen das geht nicht mehr aber man kann wie gesagt die Route planen die GBX Datei exportieren auch hier ist ein Track hinten angeführt oder dabei sagen wir so die Route planen die GBX Datei versenden aufs Handy ich mache es derzeit so nur dass ihr wisst wie das mein System ist ich habe Google am Handy und Google am PC das haben 99% der Leute ich speichere das die GBX Datei auf Google Drive ab am PC lade es am Handy von Google Drive herunter und öffne die Datei mit der BMW Connected App damit kann ich aussuchen mit wieviel Wegpunkten ich fahren will oder wieviel Wegpunkte es abspeichern will und habe es in der Cloud und wenn du es einmal in der Cloud hast und das Navi mit WLAN oder mit dem Hotspot verbindest hast du es automatisch auch am Navi also so gehe ich voran so mache ich es wenn ich eine GBX Datei übernehme TomTom Kurviger.de und Kalimoto haben auch den Track dabei ich habe es mir auch angeschaut wie ich den Track und die Route zugleich genommen habe bei 2-3 Stellen ist die Route abgewichen vom Track da sieht man dann sehr gut da würde der Track verlaufen da ist die Route blau und gelb schön getrennt aber naja so ist es eben ja wie gesagt der Navigator ist ich finde ihn wirklich gut zumindest bitte ich rede von mir von meinen Ansprüchen diese Touren die ich fahre oder diese Ausflüge da reicht ja mehr als aus dann ist hat er noch eines wenn ich jetzt eine GBX Datei zum Beispiel eine Hausnummer von Kalimoto runterlade und ich habe hier habe ich eingegeben unbefestigte Straßen soll er ausnehmen also die möchte ich nicht fahren nachdem Kalimoto teilweise das nicht hat mit unbefestigten Straßen zeigt er mal sofort dann Achtung das kann nicht berücksichtigt werden also wenn irgendwas nicht übereinstimmt mit seinem System denn jedes Navi hatte seinen eigenen Algorithmus wenn irgendwas nicht übereinstimmt mit seinem System macht er sofort eine Art Warnmeldung das ist auch in Ordnung finde ich was eine wahre Katastrophe ist bei diesem Navi da oben die Maximalgeschwindigkeit was man fahren darf die stimmt hier hinten war 70 er hat noch 100 das ist das beste Beispiel jetzt hier steht 100 hinten war 70 also die Verkehrstafel also da müsst ihr Minimum 2 bis 3 Updates im Jahr bringen was das richtig stellt also Freunde wie ich schon einmal erwähnt habe in einem Video verlasst euch ja nie auf diese Geschwindigkeitsbeschränkung von BMW denn beim TFT ist das gleiche in grün die stimmt auch oft nicht also verlasst euch ja nicht auf das TFT oder schaut auf die Tafeln ihr müsst sowieso ihr müsst sowieso im Verkehr voll konzentriert sein also schaut doch die paar Geschwindigkeitsbeschränkungs Tafeln auch an und hält euch dran es ist euer Geld und eure Sicherheit also das könnt ihr vergessen macht das so schaut auf die Schilder und damit ist dies war es das fertig gut dann kommen wir endlich zum Schluss noch einmal bin ich zufrieden damit ja großteils ja der Preis stört mich aus dem Grund nicht mehr weil ich es ja auch schon habe weil ich es schon gekauft habe aber es wäre gut sie sind eh schon ich glaube 626 habe ich jetzt vor kurzem gelesen war bei Amazon müsste ich jetzt lügen aber ich glaube jo dann sage ich herzlichen Dank fürs Schauen schön dass ihr wieder da wart danke Baba das wäre super ich wünsche euch was bleibt sauber immer oben gesund kommt immer gut nach Hause bis zum nächsten mal Tschau Di Baba Servus